Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Part von Rayman Legends, nicht Origins. Legends und wir wollen uns heute mal... Oh, das haben wir noch gar nicht gesehen, dass hier heimgesuchte Gemälde sind. Ah ne, aber wir wollten uns eigentlich den fehlenden Winzling mal ein bisschen widmen. Wir fangen trotzdem mal hier an, dass wir die mal alle finden, weil es war ja 100%. Also gedacht, das wollten wir ja eigentlich tun. Wir wollten es probieren. Ja, probieren zumindestens. Also jetzt müssen wir mal gucken, was... Guck mal her. LOL, LOL, erst mal den ersten Fett übersehen. LOL, ohne Scheiß, da war der erste. Ich dachte mir schon so, hä, das sieht so aus, als wäre da irgendwas. Ich dachte erst so ein Geheingang. Na ja gut, ähm, machen wir halt nochmal das Level schnell zu Ende. Ich denke von den Looms hat es ja gelangt, oder? Nee, da haben wir nicht die gegoltene Kraft. Achso. Ja, dann tun wir hier auch nochmal sammeln. Schön fleißig, wie die Bienchen. So, wie du bist da? Moment. Ah, ja, 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 ja. Geh ruhig rein. Um ihn einzubelangen. So. Achso. Am besten du kommst du um die untere Schicht und nicht um die obere. Also, äh, das klappt jetzt schon nicht. Doch. gut ja die haben wir ja schon müssen wir müssen schauen dass wir das möglichst hinkriegen ja ja also nochmal wir eigentlich nicht das level machen auch wenn das jetzt dann weil es langweilig wird langsam ja stimmt hallo ach ja unser begleiter wie ich es ja nun mal wir haben es letztens rausgesucht murphy 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 heißt er vielleicht wäre noch was gewesen ist aber es ist unser step fertig lol komm hau drauf ja nichts möglichst viele menschen ich habe mich da unten war ja glaube ich doch wasser ist da unten kommt moment ist es sieht nach wasser aus okay unendliche weiten so scheiße hatte da war ich zu fix dazu geht es hier im moment naja müssen wir alles durchsuchen wir wollen ja wir haben alles an für sich sonst alle aber wir wollen jetzt trotzdem wir wollen alle alle nein wollen auch von den looms alle wir wollen alles alles haben möglich moment moment wo bin ich eigentlich ach da bin ich ja ich war aber tot na komm hier her murphy 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 lol jetzt bin ich tot nein andere richtung ah man wieso habe ich da nach drüben geschaut alter nieder bis bisschen wasser ja weil du ja hier mal weiter rennt gibt es ja hier nicht okay gut na ja was soll das was das war und was das war der mark kurz es ist ja egal okay vielleicht ist doch nicht so egal ja egal je mehr gegner wir töten desto mehr looms kriegen wir auch ne oder weiß ich gar nicht moment so da bin ich wieder mit von der partie also ja gut trainer ja wenn wir die gegner kill den klingeln muss das weiß ich deswegen jetzt erstmal rein ja wir wissen ja theoretisch ich mach mal ne ja machen wir fahren sollen so jetzt gehen wir hier runter zack 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 andere richtung jetzt geht es wieder hier rum nein das war falsch ich nehme alle zurück wieso war doch gepasst ja 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 ich bin schon da ich bin schon da was machst du nur scheiße das weißt du ja nur scheiße im kopf wir haben jetzt fast 500 ja fast aber es ist noch ein bisschen umsuchen weil theoretisch sind ja immer genügend blooms da so das hier kriegen wir auch noch was wollen wir noch herzen haben hier nämlich ein münzchen so dann kommen wir hier her ok das recht warte bitte ja da brauchst du gar keine greifen das ist doch zum kotzen ich will das hier möglichst schnell wieder zu ende bringen ja so ja pass mal auf ich will krank oder so ein kopf was raus ja und du brauchst doch zu viel crack nein crack kann man nicht rauchen so warte passt holen wir den mal her ja aufpassen warte komm runter man merkt wir gehen da wir das jetzt kennen vorsichtiger damit um konzentriert davor warte ich hätte auch gut was du kannst kann ich auch so da 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 oh gott warte ich habe ja wir haben aber ich glaube ich glaube gerade so genau 600 haben wir wahrscheinlich ja sonst hätten wir im pokal auch gar nicht bekommen denke ich oder einfach mal ja genau nein 600 sehen okay wir haben noch welche bekommen das ist cool okay auf jeden fall haben wir das jetzt wir kümmern uns jetzt um das heimgesuchte gemälde hier also von dem wo wir jetzt gerade gelöst haben wo wir die 100 prozent haben ja so jetzt immer hier es war einmal heimgesucht ja running wie immer ein zeitlimit von das an kurzen wird 40 50 und 60 sekunden je nachdem also legen wir mal los oder die früher man das schafft desto besser scheiße bin ich schon drauf gegangen ja das fängt ja super an ich bin aber wieder da komm her ja wo bist du hier drin ja da drin oh gott warte 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 komm mal her ja ich bin da wir haben ein zeitlimit ne gut das erste mal wird es eh nicht schaffen äh klappen wenn wir es nicht schaffen ja man kommt so ein scheiß dreck hier so das war richtig 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 wie es war das jetzt das war echt mies gemacht so rein da jetzt so na gut wir wissen ja schon mal immer ein bisschen das fies ist halt noch es gibt hier echt keine checkpoints na ja bei der kurzen zeit brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt ja aber trotzdem manchmal so kurz vom ziel ich erinnere mich nur an das letzte mal das war echt mies ich war folie schon lol auch kommt das war jetzt aber auch mies ja leute wie schnell so wird denn da reagieren bitte oh sorry auch ein bisschen lang ist aber scheiße ich komm her ja 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 oh leute ist noch geschafft oh mein gott lauf weiter lauf weiter ja 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 ich musste auf jeden auf dem moment hier hier ich bin doch da ja danke 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 ich heiße nicht anke und bitte brigitte du kennst das doch ich kenne es nicht so kommen wir gehen weiter ja wir gehen weiter bloß hier nicht mit dem blühen sprüchen springen springen schlagen springen und rüber und rennen und rennen oh mein gott ok ok der erste ist schon weg ist aber egal was der erste ist weg ja hier ist das zieler wegen zwei sekunden ein bisschen mehr wir versuchen das nochmal nochmal also drückt auf jeden fall ab bitte auf jeden fall art drücken er ist okay und los geht's lol hat irgendjemand den im auge gehabt hat denn irgendjemand nein wir waren wir waren auf was anderes fixiert wir müssen nicht gestehen ich bin gestorben erstens und zwar äh los was was zähl die messerspitze da bitte anscheinend ja ähm ich habe wir haben kurz auf den timer geguckt denn wir müssen ja natürlich exakt hatten wir kennt das ja ähm boom 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 lol da bin ich drauf gegangen macht aber nichts weiter geht's wir haben schlag und los jawohl ok äh der ehrgeiz ist geweckt wir müssen die 40 sekunden wie immer schaffen mal gucken ob wir es hinkriegen dieses mal ich hoffe doch natürlich oh mein gott springen springen und schlagen springen und rüber geht's hier gibt's ja auch keine herzen wow andere richtung wow hilfe ah ich habe angst ja das soll ich vorhaben so komm oh das ist ein knappes ding scheiße ich glaube nicht dass wir das schaffen ne wobei wobei nein ah wegen ok wir werden besser eine sekunde 66 wegen eine sekunde 66 haben wir es mal nicht geschafft ganz ehrlich ich habe keine ahnung wie das mit dem hundertstel und tausendstel ist aber auf jeden Fall wir geben unser besser äh unser besseres äh unser bestes geben wir natürlich ähm und wir sind natürlich bemüht das ganze hier irgendwie über die Bühne zu kriegen im äh Zeitrahmen ja Zeitrahmen Zeitrahmen klingt gut man ich bin auf jeden Fall bis jetzt schon mal nicht gestorben das gefällt mir also in dem Run ja Alter so scheiße wir sind jetzt schon wieder genauso schnell wie vorhin so ungefähr ähm was sehe ich da zumindest springen springen und wieder schlagen springen und jetzt geht es rüber gleich nach links und rennen und ähm das beste geben ich verlasse mich mal drauf dass du schlägst ne rein oder nicht äh äh man kann es ja immer mal vergessen soll das heißen Papa ah scheißen eine sekunde 45 ok wir werden besser ist schon mal etwas aber wir sind immer nur schlecht wir verlieren irgendwo Zeit ich hab keine Ahnung wo wir zu ne den zweiter Abschnitt das ok und jetzt los einfach immer schlagen alles was man sieht geschlagen scheiße die Spitze ist echt tödlich ja hab ich auch gemerkt schlag lol ok noch geschafft irgendwie ja irgendwie noch geschafft so ok zweiter Abschnitt zack zack ja es dauert dann immer wenn ich auf dir warten muss ne ach die Zeit bleibt stehen geil ja irgendwie waren langsamer meilenlang sag mal wir müssen einfach schneller werden zack und jetzt nach links gleich komm 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 fuck ne wir wurden doch schnell also wir starten jetzt trotzdem nochmal den auch wenn das jetzt den restlichen Part dauern wird ne wir versuchen das jetzt unser Ehrgeiz ist einfach geweckt das muss doch funktionieren unser Ehrgeiz ist komplett da man muss man so sagen ja was Messerspitze Ahoy oder was lol aber ich wollte einfach zu rennen um Zeit zu sparen es bringt mich wirklich auch was auch wenn man das vielleicht nicht glauben mag aber es bringt was aber man muss wirklich auf diese kack Messerspitzen achten zack 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 und weiter geht's so gut 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 ich weiß gar nicht ob wir im ersten Sektor immer so an Zeit haben aber ich gehe ungefähr fast aus scheiße du musst auf die Gabel zu laufen und da machen lol der rennt automatisch gegen die Gabel ach so oh das muss ja mir einer mal sagen ey ist das eine kacke so und gleich nach links gedrückt halten und rennen 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 ist die Devise äh sagt äh äh Liese keine Ahnung ich weiß nicht dass das eigentlich das ist ein christisch Problem ja mein Gott fuck das war ein scheiß Run das war ein scheiß Run aber wir probieren es noch einmal also last try jetzt wirklich last try wirklich wirklich ja wirklich jetzt es sei denn wir sterben nochmal kurzzeitig aber wir wollen den nochmal äh vollenden wenigstens zack 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 boom 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 und weiter gehts boom so okay wir sind ein bisschen langsamer so hier muss man glaube ich einfach nur rennen ja das ist natürlich lol haben wir hier ja wir haben Zeit gut gemacht und jetzt müssen wir sie nur richtig einsetzen ja den Run vollenden gut jetzt sieht gut aus ich denke immer wenn der Gegner kaputt geht äh von dem Gewicht dass wir irgendwas verlieren aber das sieht gar nicht so aus das sieht nur so aus so wollte ich sagen das sieht gar nicht so aus natürlich sieht es so aus sonst würde ich es ja nicht sagen ja 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 man wir haben es geschafft sauer man alter okay kein a kein a wir nicht gehen auch verlassen ja b jawoll wir gucken mal kurz was die Zeit sagt wir könnten vielleicht nochmal suchen wo wir einen vergessen haben ja so hier haben wir alle haben wir da drin alle gucken wir mal rein Barbara Stracens nee okay hier fehlen uns einiges zwei fehlen uns und Looms natürlich machen wir auch einen schnellen Versuch wir machen einen schnellen Versuch one try last try ihr kennt das ja wie auch immer zum Ende des Parts und also ja wir haben jetzt auch Zeit wir können uns ja theoretisch ein bisschen äh bei der Suche zumindest Zeit lassen wir sind jetzt nicht so ganz hektisch es ist ja kein Musiklevel haha gut so woher voll los Zeit lassen ich dachte doch da war doch ein Haken komm okay ich nehme zurück was ich gesagt habe ich kümmere mich um den Spacko irgendwie einigermaßen ja da war der Erste okay den Ersten haben wir schon mal ja da war echt ein Haken alter das hätte ich gar nicht gedacht und hoch und runter und weiter geht's durch die Welt und hoch und hoch lol was machst du denn ah jetzt bin ich gestorben hier oben wäre gewesen fuck doch die die Hände alter fuck ich mach schon ich lauf einfach weiter so lauf weiter ich ich kümmere mich da drüber da ist der Letzte wir haben den Zweiten vergessen ja okay ich würde sagen im nächsten Part machen wir dann nochmal einen zweiten Try den den einzigen den Wind werden wir noch holen auf jeden Fall wir haben wenigstens Gold nein nicht mal da ja fehlt immer noch ein bisschen okay alles klar das war's mit äh zumindest haben wir in einem Level heimgesucht glaube ich alle ja alle haben wir da hatten wir da und wir haben das eine Level komplett vollendet beim nächsten Part gucken wir uns nochmal die Katakomben-Sause an und wir wollen wenigstens den einen Lumen noch retten und vielleicht die goldene mag noch knacken den goldene Pokal holen auf jeden Fall ich wills machen aber naja mal gucken wie es aussieht bis dahin macht's gut haut rein möchtest du noch etwas sagen ja habt einen schönen Tag Leute bis zum nächsten Mal wir geben zurück an Studio Tschüss Tschüss